Konzentriert euch noch einmal und überprüft, inwiefern ihr die Abmachung mit Allah subhanahu wa ta'ala eingehalten habt in Bezug auf das Gebet. Das ist meine Beziehung, meine wahre Beziehung zu Allah. Und deswegen, ich wundere mich wirklich über einen Muslim, der sich Muslim nennt, aber nicht betet. Ein Muslim, der sich Muslim nennt, aber nicht betet. Wie geht das? Jesus, der hat ja im Grunde genommen genau dieses Band, was zwischen ihm und zwischen Allah ist, durchgeschnitten. Oder? Ich meine, die wichtigste Abmachung zwischen mir und zwischen Allah ist meine Beziehung zu ihm. Und ich bete nicht, ich habe sie durchgeschnitten. Was bringen mir dann auch die anderen Abmachungen, wenn ich als Hauptseil durchgeschnitten habe? Sie bringen mir eigentlich im Grunde genommen nichts mehr. Und deswegen sagt der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, meine lieben Geschwister im Islam, er sagt nicht umsonst, das Erste, wonach der Mensch am jüngsten Tag gefragt wird, ist das Gebet. Wenn es gut ist, korrekt verrichtet wurde, du deine Beziehung zu Allah aufrechterhalten hast, so ist der restliche Teil deiner Tat ebenfalls gut. Warum? Weil du nämlich das Hauptband zwischen dir und zwischen Allah bewahrt hast und daran festgehalten hast. Und wenn es aber durchgeschnitten wurde, dieses Band, was ist dann? Dann sind die restlichen Taten ebenfalls schlecht. Weil sie nicht gelangen, weil sie gelangen nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Grundlage in deiner Beziehung zu Allah. Und deswegen, meine lieben Geschwister, ich weiß, Alhamdulillah, dass alle, die hier sitzen, beten vor Allah. Aber überprüft immer wieder euer Gebet. Haltet an diesem Gebet fest. In bester Weise. So wie es Allah uns aufgezeigt hat in dieser schönen Surah, indem wir uns vorbereiten auf das Gebet. Indem wir uns vorher auf das Gebet einstellen. Indem wir unsere Gebete pünktlich verrichten. Achtet darauf, das sind die Grundlagen. Das ist das Erste, wonach Allah subhanahu wa ta'ala dich befragen wird. Und das ist auch das, was deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala am Ende bestimmt. Das Gebet, das Gebet. Die letzten Worte unseres Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, bevor er von dieser Dunya gegangen ist und zu seinem Schöpfer zurückgekehrt ist. As-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanukum. Das Gebet, das Gebet. Und das, was ihr mit euren Rechten besitzt. Die Beziehung zu Allah und die Beziehung zu den Menschen. Die letzten Worte des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Die Rechte gegenüber Allah und die Rechte gegenüber den Menschen. Die letzten Worte, bevor der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, vor dieser Dunya gegangen ist. Subhanahu alayhi wa sallam, immer wieder. Ja, ihr merkt das, in den Vorträgen, die wir immer wieder halten. Immer wieder haben wir diese beiden Punkte. Einmal die Rechte Allahs und einmal die Rechte der Menschen. Beides gehört zusammen. Man kann das nicht voneinander trennen.